Das deutsche Theater braucht mehr Diversität, mehr Spiellust, mehr Abwechslung, mehr Spiellust. Es braucht mehr Diversität, vor allem auch Abwechslung und Abwechslung. Es braucht mehr Diversität und vor allem Spiellust. Spiellust bringt Abwechslung. Vor allem durch die Diversität könnte man die Lust mehr spielen durch die Diversität, vor allem abwechselnd. Das ist eine mit einer anderen Abwechslung und vor allem Diversität. Mit. Ich bin los.